Ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie gegen meine Ex-Kollegen zum Spielen. Die Vorfreude ist riesengroß, wir wissen, was auf uns zukommt. Die sagen jetzt schon auf einer längeren Strecken, dass die eine richtig gute Zweitliga-Mannschaft sind. Sie sind immer sehr gut taktisch eingestellt, sind stabil hinten und natürlich offensiv. Sie zeigen sich dann auch immer gute Aktionen, schnelles Umschaltspiel. Wir müssen einfach dagegenhalten, müssen unser Spiel machen, auf uns schauen. Für uns ist es natürlich ein sehr wichtiges Spiel, weil wir den Anschluss nach oben nicht verlieren wollen. Deswegen werden wir alles dafür tun, dass wir am Ende des Tages die bessere Mannschaft sind und das Spiel gewinnen.